Herzlich Willkommen in unserem Nähzimmer. Ich bin Tanja und heute möchte ich Ihnen einen kleinen Trick zeigen, wie Sie den Greifer bei Bernina B9 Greifern ganz schnell wieder einsetzen können. Den Bernina Greifer auf diese Weise einzusetzen, ist meistens ziemlich mühselig. Mit etwas Übung und diesem Trick gelingt es Ihnen jedoch ganz einfach. Sie müssen darauf achten, dass der graue Punkt im Greiferbereich genau unten in der Mitte steht. Dann halten Sie den Greifer, drehen ihn um und halten ihn so, dass diese Öffnung auf einer Linie mit dem grauen Punkt liegt. Auf diese Weise legen Sie den Greifer auf die schwarze Halterung. Nun fassen Sie diese Halterung an und schließen Sie sie mit etwas Schwung. Durch die Magnete im Greifer landet der Greifer genau in Position und ist sofort da, wo er hingehört. Anschließend können Sie den Greiferbandring schließen und Ihre Spule einsetzen. Sie sehen also, es kann ganz einfach sein, den Greifer einzusetzen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nähen mit Bernina Nähmaschinen und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie uns ein Like. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nähen mit Bernina Nähmaschinen.